Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutscher und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs uns heute wieder so einen kleinen Spielzeug-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Spielzeug aus Patch 10.2 und da sind wir einmal im Smaragd-Grün-Traum, hier auf den Koordinaten 37, 30 und dort können wir einen Schatz öffnen, Pinion-Maus-Lager schimpft sich das, den habe ich eben aufgemacht und ja, da gibt es ein Spielzeug raus. Schnell wachsender Samen schimpft sich das und wir sind hier oben quasi auf einer Erhöhung und da ist so eine kleine Kuhle und hier in der Mitte an dem Stein dran hier unten ist so ein Erdhaufen und den habe ich gerade aufgemacht und da haben wir dann einmal das Spielzeug drin. Ich würde sagen, das lernen wir und schauen, was es genau macht. Schnell wachsender Samen platziert einen Samen, der schnell wächst und das machen wir jetzt mal, würde ich sagen und schauen uns das Ding an. Ah, seht ihr, da kommt so ein kleiner Baum raus mit Effekten und allem drum und dran. Ja, sieht ganz nett aus. Das Ding hat eine Abklingzeit von einer Minute und ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Baum hier stehen bleibt. Sonderlich groß ist es aber ehrlich gesagt nicht, ne? Also meine Elfin ist tatsächlich ein bisschen größer als das Ding. Ja, ist ein nettes kleines Toy, nicht sonderlich aufwendig zu holen, hinfliegen, den Haufen aufmachen und dann habt ihr auch schon das Spielzeug. Gut, mehr war es eigentlich auch schon nicht. Hat mich gefreut, wie ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.